Das ist Monkey Island. Nein. Und jetzt gute Gelegenheit zu Murray. Der wunderschöne, dämonische Skull. Warte, ich habe eine Familie. Gut. Trent, schauen wir uns das Mal wieder an. Welches? Du musst ja auch nicht die Geschichte erzählen. Oh. Der Chuck. Herr, du hast den Steig, wenn du hier stehst, schau dich an, langsam zu sterben. Sollte dich, selbst zu retten, mit dem wissen, dass ich schnell ein Geheimnis habe. Und dann, die Färrie-Lane. Ich würde sagen... Sie und die anderen haben nur gesagt, sie haben ihn geholfen. Sie haben die Irlande verlassen. Sie müssen wissen, wo das Geheimnis ist. Wenn wir schnell sind, können wir sie auf dem See und ... ... versuchten sie, sie zu spüren. Ah ja, über ihn. Uff, das tut weh. Ich glaube, meine Bauchspeichdrüse ist kaputt. Ich muss ihnen folgen. Ich denke, mein Pankreis ist gebrochen. Wahrscheinlich auch meine Schulz und meine Bauchspeichdrüse. Whatever das ist. Hallo, ist jemand hier? Geheimnisbrüse! Oh nein! Sind Sie okay? Er kommt hier schon wieder vor. Es tut nur weh, wenn ich atme. Ich glaube, meine Bauchspeichdrüse ist kaputt. Es hängt von der Funktion von okay ab. Es tut nur weh, wenn ich atme. Es tut mir leid. Ich denke, es ist gut, dass du das aufhörst, ich denke. Wenn ich muss. Was machst du hier? Warst du mich gekommen, um mich zu retten? Wie kamst du sogar zu Monkey Island? Ich glaube, du hast die Potion gemacht. Du hast hier eine Potion benutzt, um hier zu kommen. Es ist so schön. Aber lasst uns nicht hinterfragen. Du hast aus einem Kliff fallen. Ich kann nicht mit LeChuck oder Madison spielen. Einerseits beide. Sie haben Crews. Sie haben Schiffe. Sie haben supernaturale Magik-Puße. Ich habe ein paar Kräger. Und zwei Monoklen. Und? Deine charmante Persönlichkeit. Du könntest auch hier liegen und sterben. Ich habe eine bessere Idee. Komm mit mir zurück zu Scurvy Island. Ich nehme eine Pause vom Scurvy-Projekt, um dich zurück zu helfen. Ja, warum nicht? Jetzt, wo die Karte weg ist, werde ich das Geheimnis nicht bekommen. Ja, warum nicht? Ich werde nie das Geheimnis bekommen, jetzt, dass die Karte weg ist. Komm, was sagst du? Hallo? Oh. Die Karte. Ha! Auf einmal kann sich wieder bewegen. Fantastisch. Die ganze Zeit im Voodoo Shop. Eins ab. Was über alle Dinge, die du gerade gesagt hast? Ich muss meinen Kopf gestoßen haben. Da hatte ich die Karte noch nicht. Wir müssen uns beeilen und wir jetzt erst nachkommen wollen. Es ist doch wohl ein Witz, dass das ganze Zeit im Voodoo Shop war. Das kann doch nicht sein. Wo ist dein Schub? Es ist eigentlich dein Schub. Dein alten Schub. Ich meine, der Seamonke ist auf einer Bühne, gerade links von hier. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich habe hier gebrochen, sodass ich es für dein Geburtstag für deinen Geburtstag verbrechen konnte. Oha. Du hast mich immer überrascht. Ich hatte keine Ahnung, welchen Tag das heute. Ich weiß nicht mehr, als du, aber ich habe ein Manual gebracht. Warum können wir es nicht zusammen fixieren? Du hast die KD-Bringenteile gemacht. Fantastisch, vielen Dank. Ich krieg dir einen guten Hammer. Dibb ist auf dem guten Hammer. Dibb ist auf dem Schub. Ah, ja. Ich habe die KD-Bringenteile gemacht. Dibb ist auf dem Schub. Ah, ja. Dibb ist auf dem Schub. Dibb ist auf dem Schub. Ich versuche, meine Freude zu verbrechen. Komm schon, Murray. Wir haben unser Werk für uns geschlossen. Ich habe nicht mit dir gefühlt, dass ich mit dir sein bin. Aber ich glaube, dass es die nächsten hundert Jahre auf diesem Schub betrifft. Vielleicht. Warte, nicht den Schub. Schub. Okay, wir haben noch alles drin. Der Schub hat uns nichts geklaut. Der Schub hat uns einfach nichts geklaut. Er hat zwar da lagen. Was ist denn das für ein Pirat? Wie geht's da, Murray? Ich weiß nicht, was du jetzt planst. Aber ich werde dich für ihn verbrechen sehen. Er hat die Schub vorbereitet für die dumme Klutz. Wie es geschrieben wurde, nur für mich. Es sagt, das Geheimnis ist in der Voodoo-Shop auf der Melee-Island. Wir haben die in jedem Teil getroffen. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Wahrscheinlich Teil 4 und 5 auch. Teil 4 und 5 reden wir nicht. Dafür reden wir viel zu oft darüber. Mit der haben wir ein Hühnchen zu rupfen. Dass die uns das verschwiegen hat. Das ist bei Ihren. Das ist das... Das ist das... Leute reparieren Schiffe immer tiefe. Wie schwer könnte es sein? Na, dann frisch ans Werk. Steigen wir los? Bereit wenn du dich bist. Auf geht's. Verbreitet Schiff für die dumme Klutz. Wie es wurde gesteckt, nur für mich. Reparieren wir das Schiff. Sehr schön, unser Geibor schwebelt Schipmont als Schwarz Art Schwarz 5 15. Well, wir haben was wir konnten mit den Materialien in Hand. Ah, ich liebe es. Es schwebt Nostalgia. Unter anderem, du stehst, ich schwebt. Es wird kompliziert. Es wird kompliziert, es war nichts zu bezweifeln. Nicht dem, was wir bisher aber erledigt haben. Wir müssen schon ein paar Liste abwerfen. Ich erwarte, Madisyn oder LeChucks Schub hier bis jetzt zu sein. Oh mein Gott, schau mal die Schmerzen! Ich muss mit Carla sprechen, um die Erlösung zu schaffen. Du kommst nicht zum Voodoo-Shop? Natürlich, ich will. Aber das ist eine Krise. Es wird andere Schmerzen. Ich muss mir helfen. Ich will darüber nachher hören. Genau. Bis bald. Wolltet. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic Mop tree. I'll keep an eye out for them. Okay. Ich muss nach der Voodoo-Shop gehen, bevor es zu früh ist. Ach, schade. Schau das Schiff für mich. Äh, beitre jemanden, der versucht, ihn zu holen. Du bist gut, es gibt keine Schrapp-Lumber-Dealers auf Melee. Ich will nicht wieder weg, ohne das segreste Monkey Island. Ach, was ist denn los? Ach, was ist denn los? Was ist los? Was ist denn los? Was ist 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 los? Ich möchte ihn zurück. Ich denke nicht, dass ich jetzt viel Verbrauch für ihn habe. Was ist los? Ich nehme ihm das noch. Hier ist noch der Krug mit Ätzner... mit Ätzner... mit Ätznern... mit Ätznern... mit Ätznern... mit Ätznern... Das ist ja fantastisch. Jetzt ist es, alter Mann. Das segreste wird sein. Ich habe mich suchen für das segreste, seitdem du geboren bist. Das ist genau mein Punkt. Findet das segreste als ein junger Pirates-Game. Was ist das? Was ist das? F des Die werden das gigante fast, richtig? Gut für uns. Ich bin froh, bei Ihren Crosswind-Ramming-Technik. Ich werde das noch an meinem Buch geben geben. Meine Crew ist ziemlich gewohnt, wenn man die richtige Motivation hat. Ich bin noch Angst, über Threepwood. Er zeigt sich in die größte Worte. Wir brauchen nicht mehr über Threepwood. Ich habe ihn gebrochen und nahe der Tod auf einem Schliff gebrochen. Sein Eingang ging hoch und das Knochen von seinem Leg. Tiere haben wohl schon seine Läden aus dem einen Ende des Eilandes auf dem anderen gesetzt. Also, es ist verstanden. Wir stoppen gegen die Führung. Wir sind mit den Forces, um das Geheimnis zu finden. Verstanden. Keine lustige Dinge. Wir verletzen die grünen Team. Er erhebte die 27. Gouverneur, Carlo, der Schwedermaster. Wir haben ehrlich gesagt, wir haben nicht Angst. Wir gehen pleite. Alles umsonst. Freize noch besser als halb weg. Halb weg besser. Ah, ja. Der haben wir gleich noch ein bisschen zu rupfen. Jemand, um Delaines' Skirviflyer zu treffen. Das ist ja scheiße. Immer noch im Geschäft. Und läuft gut. Alles gut. Nichts frei. Warte, waren die Modikler frei? Das ist ein schmerziger Sein. Wally hat sich gut für sich gemacht. Äh, verspottet ist die Voodoo-Dame. Ich muss mal erstmal rein. Hier. Ich kann auch nicht mehr reden. So, wir haben ein bisschen mit dir zurück. Too late? Was LeChuck hier? Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? Ja, ich hab mal ein paar Fragen, liebe Voodoo-Dame. You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring? Don't play dumb with me, Karina. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Where's the secret? It is inside the large safe near the front door, of course. How could you keep this secret from me? You knew I was looking for it. It is not a secret from you, Guybrush Threepwood. It is a secret. Full stop. Stop. I am bound by an agreement. A contract. Signed in blood. You had so gut geholfen die ganze Zeit, um dir zu fragen. Some kind of a voodoo thing? Why did you take the secret? Does it belong in Monkey Island? I have taken nothing. The safe came to me as you see it and belongs to someone else. I accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Where are the keys to the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. Ah. But there is one close by who knows much. How do I find her? Her. And she will find you. How do you know that? She is outside the shop. Aha. Have LeChucker Captain Madison been here? No. That is weird. They were way ahead of me. Sometimes it is better to have two enemies than one. But you should not waste time. Who owns the safe? Alas. There are forces which prevent me from revealing the true owner. I have more questions for you later. I might have answers. But I make no promises. What happened to your cauldron? I sold it to a soup shop on another island. They didn't mind the magic spell residue. I hate to leave it here but I can't take the safe with me and I need to find keys to help them. You're here! You found the secret. You are a spark among fallen leaves. You're here! I didn't think so. I didn't think so. Uhmm. Oh. Ja, zum Beispiel, wie öffne ich den Tresor? 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 Fünf Locken, fünf Schlüsse, goldene Schlüsse. Seit langem befestigt. Wie sehen die goldenen Schlüsse aus? Wo kann ich die goldenen Schlüsse finden? Warum ist das Geheimnis im Tresor und nicht auf Monkey Island? Warum ist das Geheimnis im Tresor, statt auf Monkey Island? Wisst ihr das? Geheimnisse sind immer im Tresor. Aha. Was sehen die goldenen Schlüsse? Sie sind gold. Es ist nur paint, aber sie sehen schön. Wo kann ich die goldenen Schlüsse finden? Most are found already. Got one myself. Old Mrs. Smith had one before she died, and Bella Fisher, too. Also, I heard one was found on Bermuda. That's only four. One more was supposed to be hidden on Terror Island. That one has never been found. Hang on, I'm writing all this down on my to-do list. This doesn't sound so hard. A lot of people don't come back from Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. Can I borrow the key you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I talk partnership. How come I never heard about any of this before? I'm kind of a secret of Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out. And we keep ourselves to ourselves. This all seems needlessly complicated. Life is like that sometimes. Best just enjoy the ride. That is warm. You seem more lucid than when you were hanging out of the window on High Street. We all got our good days and our bad ones. If you don't know already, then you'll see. See around, Whitey. I've got keys to track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. The keys are protected by a terrible curse. Beware. The flu from McGannons. A curse? Really? No. I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure. I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Ah, yeah. Zutaten. It's a cookbook. It has four stars, but it looks like they're for difficulty. Bermuda-Ellen enthalten. Leute durch das Terror-Ellen enthalten. Eine Seekarte erhalten. Scams McGee entfinden. Und die glorreichen Zelten nochmal durchleben. Ah, ja. Hallo. Wurden. Dank nicht gesehen. Hast du eine Seam-Map von der Lokalen Zone? Könntest du die Pläne von Terror Island und Bermuda sagen? Kein Problem. Ich werde auch ein paar extra extra adden. Der Schiff Tracking-Fektion wird deinen Gedanken zerbauen. Dazu habe ich aber ein kleiner Estados-Mail. wenn du es in der großen Zeit gemacht hast, wie ich. Ah ja. Be careful. Die letzten Piraten, die ich auf Terror Island gemacht habe, wurden nie wieder gesehen. Und Bermuda kann dich auf die Böne machen. Nicht viele Piraten wollen da hinweg. Oh, und wenn du auf Skurvy Island gehst, sagst du zu Elaine für mich. Danke, Wally. Und sorry für mich zu blühen, das mal. Hm. Hm. Okay, das hätten wir schon mal. Ich warte, bis ich auf meinem Schiff zurück bin, um es zu öffnen. Hi. Braut, Junge. Wie war deine Suche? Ja. Erinnerst mich wieder, was du wissen möchtest, wo die goldenen Schiffe sind? Na, ich habe einen. Oh, Frau Smith hatte einen. Hm. Ich glaube, sie hat es für jemanden in ihrem Staat gewollt. Da ist die, die Bella Fisher hatte. Es muss jetzt ein Badmutter der Ozean sein. Einen irgendwo auf Bermuda. Ich glaube, das nächste... Das wird alles, was ich weiß. Das schlechteste wird sein, die Inseln erstmal aufzusuchen und dort die Schlüsse zu holen. Ich werde jetzt zum Schlüsselmeister gehen. Ich werde jetzt zum Schlüsselmeister gehen. Vielleicht hat sie jeden Schlüssel... Um... Um... Das ist kein Fischlamm. Willkommen in der Codswallop. Danke. Ich habe das Ding offen. Das ist das Ding. Das hier sieht aus. die Pirateliter waren? Das war ich, Guybrush-Streetwood. Ah, ich dachte, wenn wir ihn und Skulken rund um die Stadt sehen, dass er kasselig und familiar ist. Der Shop sieht gut aus. Wenn du mit kasselig bedeutet, eine glückliche Kathedrale für das feinste Art der Fischung, dann bin ich ziemlich agree. Schau mal, Guybrush-Streetwood. Ich schaue für das Geheimnis von Monkey Island. Das Geheimnis? Was ein Preis! Ich weiß! Ich weiß! Sie sagen, dass das Piratel, was das Geheimnis hält, kann niemals zacken. Dass die Winde immer zacken. In den alten Zeiten, wir vielleicht nachdenken es uns selbst. Aber wir haben neue Fischung, so zu sprechen. Geheimnis. Werden Sie alle Fisch? Haben Sie gehört, jemanden wie Bella Fischer? Bella Fischer. Was? 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 Hier ist eine Box voll. Es sollte viel sein. Willst du mir einen Tab für dich fahren? Ja, sicher. Danke. Ah, ja. Kann ich meinen Fisch für andere? Ich bin immer froh, dass ich einen Fisch in einen. Heute haben wir Hagfisch, Toadfisch, Slimehead, Bloater und Lumpsucker. Was wird das sein? Rücken für Schleife, schlug den Bloater in den Sauer ab. Toadfisch. Ich werde es auf deinem Tab. Danke. Ah, ich habe... Es ist in der Grunde eine Lebensmittlung. Kann ich meinen Fisch für andere? Ich bin immer froh, dass ich einen Fisch in einen. Heute haben wir Hagfisch, Toadfisch, Slimehead, Bloater und Lumpsucker. Was wird das sein? Äh, so... Ach, egal. Ich nehme erst mal einen Schleim-Aal. Ein bisschen Al mit dabei haben. Ich werde es auf deinem Tab. Danke. Einen schönen Al in der Hose haben. Ist immer was. Äh, was? Äh, wie? Äh, was? Äh, was? Ähm... Äh, was? Äh... Ich meine... Untertitelung des ZDF, 2020